Moin und herzlich willkommen zu 771 Rohstoff, Tagesausgabe der Formationstrader am Donnerstag, dem 29. Mai 2014 und der Blick auf die Rohstoffliste. Einzig Crude mit wirklich nennenswertem Plus, mit Plus 0,8%, dann kommt nämlich schon Brand mit Plus 0,15%, Silber Plus 0,11%, Gold Minus 0,13%, Platin ähnlich, dafür Palladium Minus 0,64% und am schwächsten Gas mit Minus 1,2%. Gestern Abend haben wir miteinander darüber gesprochen, dass dies doch rastisch die K-Linie bei Gold gerade die 2 erreicht hat. Und dass so etwas eindeutig überverkauft ist, das aber nicht bedeutet, dass der Markt jetzt anfängt zu steigen. Heute Vormittag war es dann schon bei 1 und jetzt heute Abend schließen wir so um und bei bei 3. Was ich Ihnen zeigen will ist die Kerzen. Schauen Sie sich diese erste Kerze an, als der Markt abverkauft worden ist. Als wir hier in den Markt reingegangen sind, macht der Markt eine einzige bärische Bewegung. Der hat gar keinen unteren Schatten. Riesiger Körper. Nächster Tag, der Körper wird kleiner und es gibt zumindest so einen kleinen Schatten. Gucken Sie mal hier, jetzt wird der kleine Körper noch kleiner und der Schatten nach unten wird noch größer. Das ist ein Zeichen der nachlassenden Kraft der Bären. Bedeutet aber nicht, dass der Markt jetzt bullisch ist, sondern der hat hier eine wichtige Unterstützungszone bärisch aufgelöst. Eher wahrscheinlich ist, dass der Markt hier anfängt ein Pullback zu machen in Richtung der alten Unterstützung und der Widerstandszone im Bereich von 12,70. Und dann werden wir sehen, rein technisch gesprochen ist es wahrscheinlicher, dass der Markt das tiefere Tief macht. Ob er das macht, wissen wir nicht. Viel, viel, viel entscheidendere ist, wie tief wird das tiefere Tief sein. Wird dieses Pullback gar nicht stattfinden, sondern der Markt läuft einfach nur seitwärts. Bleibt also einfach auf der Matratze liegen und bouncet nicht von der Matratze, ist das tiefere Tief natürlich viel wahrscheinlicher und dann auch umso dynamischer. Ich hatte Ihnen gesagt, wenn das hier bärisch aufgelöst werden sollte, sind die Ziele 12,50, 12,20, 12,100, 1180. Klingt so ein bisschen feige, was ich Ihnen sage, ist es auch, weil das hier gar nicht so einfach ist, hier irgendwelche vernünftigen Zahlen zu sagen, die auch seriös sind. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, ja, 12,50, 12,20, 12,100, 1180. Denken Sie dran, viel Volumen, viel potenzielle Unterstützung kann trotzdem alles fallen. Genauso wie wir hier den ganzen Weg gemacht haben, hier den ganzen Weg gemacht haben, können wir auch hier den ganzen Weg machen. Ich sage Ihnen ja zuletzt immer wieder, Leute, das ist ein Markt, wo du deine Positionen eher schneller ins Geld holst und weniger im Risiko lässt. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier den Stop Loss enger anpassen werden. Das ist ein schöner Trade, den wir durchgeführt haben. Das sind hier, weiß ich gar nicht, 40 Dollar auf der bärischen Seite, die wir getradet haben. Sehr schön und dann gucken wir, was der Markt uns als nächstes geben wird. Wenn wir das Ganze einmal über die kleinere Zeitart uns anschauen, also über den Stundenchart zum Beispiel. Der Grund, warum ich Ihnen auch sage, wir müssen gucken, bis wohin der laufen will, ist, wir hatten ja hier eine Trendumkehrformation, eine bullische Keilformation. Da kommt sie nämlich hier, hier Widerstand, Widerstand, hier Widerstand. Das hatten wir ja bullisch aufgelöst gehabt, diese Trendumkehr. Und wir haben das mit Volumen an der Unterstützung, Volumen gesehen und beim Ausbruch haben wir Volumen gesehen. Wir haben jetzt im Bereich die tieferen Tiefs gemacht, was sie aber nach wie vor nicht gemacht haben, ist, diese Trendlinie zu brechen. Und darauf schaue ich ganz genau und solange diese Trendlinie nicht durch ist, kann ich Ihnen auch nicht sagen, es wird die 1200 kommen. Ich sage Ihnen nicht, kaufen Sie jetzt den Markt, der ist bullisch. Nein, 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 wir sind hier noch Pären im Markt, nach wie vor, aber mit einem sehr, sehr klaren, sehr engen Stop. Wir wollen aber hier ganz genau darauf achten, was der Markt als nächstes machen wird. Wenn wir jetzt sagen würden, was ein bisschen schwierig ist, ich bemühe jetzt mal den alten, guten Doe, den Gottvater aller technischer Analysten. Der sagt ja, der Markt hat drei Trendphasen, einen kurzfristigen, einen mittelfristigen und einen langfristigen. Jetzt können wir uns darüber streiten, was jetzt kurzfristig, mittelfristig und langfristig ist. Die absoluten Goldbugs werden sagen, ganz langfristig ist der Trend aufwärts gerichtet, dem stimme ich nicht zu. Man muss sagen, kurzfristig, kurzfristig ist der Trend abwärts gerichtet, wobei der aber mittelfristig seitwärts gerichtet ist, seit einem Jahr. Und längerfristig ist er in meinem Dafürhalten abwärts gerichtet. Wenn wir jetzt ultralangfristig sagen würden, ja, ist er aufwärts gerichtet. Okay, mit dem Wissen, dass der mittelfristige Trend seitwärts gerichtet ist, bitte vergessen Sie das nicht, muss man jetzt folgendes sagen. Wenn wir jetzt sagen, dass das hier alles eine Hauptbewegung ist und das, was der Bär einmal macht, macht der Bär ja gerne ein zweites Mal. Wenn wir das so sagen, dann müssten wir hier unten ankommen. Macht der Bär das jetzt nicht ganz ein zweites Mal und darauf achte ich jetzt mit Argus Augen, dann würde ich sagen, oh, Moment mal, die Bären werden ja schwach. Und vielleicht ist das tatsächlich hier doch eine Trendumkehr. Das ist aber jetzt viel zu, viel zu, viel zu früh, um über irgendetwas Bullisches zu sprechen. Wir sind noch Bären im Markt. Das Einzige, was ich Ihnen sage ist, werden Sie mir nicht zu bärisch. Werden Sie mir nicht zu bärisch. Fangen Sie jetzt nicht an zu, die Bullen so richtig in Grund und Boden und 1200 und 1180 und 1150 und 1000 und hast du nicht gesehen. Und so weiter und so fort. Das geht hier im Markt alles seinen sozialistischen Gang. Erst wird das Ei gelegt, dann wird es bepinselt, dann wird es abgepult und dann wird es gegessen. Ich weiß, Ostern ist vorbei, aber das passt immer so schön dazu. Und darum müssen wir halt auf diese Zone um die 1250 achten. Wir müssen eben auf diese Linie achten, die ich Ihnen gezeigt habe. Je nachdem, wie wir da draufstoßen sollten. Vielleicht treffen wir diese Linie auch erst bei 1233. Eine ganz entscheidende Zone. Wenn die Bären das, was sie einmal gemacht haben, auch ein zweites Mal machen, in Ordnung. Dann muss man sagen, es ist immer noch eine absolut klare und konstante Seitwärtsphase. Und die Bären schaffen es immer wieder, an diese Unterstützung ranzukommen. Die Bullen machen aber immer diese tieferen Hochs. Punkt für die Bären, müsste man dann sagen. Wenn wir hier unten ankommen, kommen wir hier unten nicht an. Dann muss man sagen, Punkt für die Bullen. Ein wunderbarer Markt, um nicht zu viel im Risiko zu sein. Nicht zu viel von diesem Markt zu wollen. Und sich auch klar zu machen, je länger es ätzend bleibt, je länger es schwierig bleibt, desto einfacher wird es dann auch danach. Und desto wichtiger ist es auch, dass du hier auf dein Depot, auf dein Geld gut aufpasst. Und in der einfacheren Zeit anfängst, deine Gewinne zu machen. Wenn wir uns Silber anschauen. Und dank Silber wird dieser Markt erst so richtig schön spannend und interessant. Warum das so ist, will ich Ihnen zeigen. Erstens, ich zeige Ihnen erstmal die bärischen Sachen. Wenn ein Markt an eine Unterstützungszone kommt und so lange braucht, bis diese Unterstützung dazu führt, dass der Markt steigt, ist das mehr bärisch. Gucken Sie, zum Beispiel hier unsere berühmte Unterstützungszone um die 26,70. Gucken Sie sich mal an, der Markt kommt hier an diese Unterstützung ran. Berührung, Bounce, Berührung, Bounce, Berührung, Bounce, Berührung, Bounce, Berührung, durchgefallen. So, jetzt gucken Sie mal hier, Berührung braucht ein bisschen Bounce. Berührung braucht ganz schön lange Bounce, Berührung kommt nicht mehr vom Fleck weg. Ist mehr bärisch. Erstens, was ist auch noch bärisch? K&D-Linie fangen an sich, unterhalb der 20er Marke zu umschlingen. Ist mehr bärisch. Was ist Bullish? Volumen, Volumen, Volumen. Umso bärischer wäre es dann aber auch, wenn der Markt hier unten drunter schließt. Dann ist wirklich für die Bullen Game Over, Mover. Wochenschlusskurs unterhalb der 19 Dollar Marke. Exakt genommen 18,90. Sehr, sehr schwierig für die Bullen. Man kann sagen, solange wir hier nicht einen Tagesschlusskurs unterhalb der 18 Dollar Marke haben, haben wir hier vielleicht noch ein bisschen Verlängerung. Aber schließen wir unten drunter, dann gibt es kein Elfmeterschießen. Dann ist wirklich Game Over, Mover. Aber, und deswegen ist der Markt auch so wunderbar spannend. Und für diejenigen, die es aushalten können, dass er spannend ist und bullische und bärische Signale sendet, die lernen einfach edukativ etwas fürs nächste Mal. Weil dann bist du nicht am nächsten Mal auch in der Lage zu sagen, erinnerst du dich, da gab es die bärischen Sachen, dann gab es die bullischen Sachen und wie gut, dass ich gewartet habe, bis irgendwas passiert ist und dann die größere Position in den Markt reingepackt habe. Was ist hier bullisch? Das Volumen, was wir hier gesehen haben. Hier, hier noch viel mehr Volumen und auch hier hatten wir deutlich mehr Volumen. Ich habe Ihnen immer wieder gesagt, Leute, macht der Markt einen Hammer. Hammer nicht irgendwo, sondern im Bereich einer signifikanten Unterstützungsmarke. Solange wir dann nicht unterhalb dieses Schattens gehen, ist der Hammer potenzielle Trendumkehr. Muss nicht sofort bestätigt werden, der kann auch ein bisschen später bestätigt werden. Hier dauert es einige Wochen, bis wir den Schlusskurs oberhalb des Hammers kriegen. Hier, nicht ganz sauberer Hammer, kriegst sogar den Schlusskurs, taucht trotzdem nochmal ein, geht aber nicht mehr unter den Schatten, kommt wieder zurück. Hier, gucken Sie sich das an, Hammer, Hammer, versucht da drunter zu schließen, exakt da kriegen wir jetzt Unterstützung, der Markt kommt wieder zurück. Sehr, sehr interessant. Also, wir haben die potenzielle Trendumkehr, die ist mit Volumen gebildet worden, aber die ist nicht bestätigt worden. Das ist also mehr Bullisch. Was ist noch Bullisch, hatte ich Ihnen schon mal gesagt, wenn der Markt im Bereich einer Unterstützungszone innerhalb kürzester Zeit mehrere bullische Kerzen hintereinander macht, hier, 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 alle mit ordentlich viel Volumen, dann erhöht es die Wahrscheinlichkeit der bullischen Bewegung, sagt aber nichts über die Dynamik der bullischen Bewegung aus. Wenn ich Ihnen dann noch SLV zeige, Sie wissen, ich bin ein amerikanisierter technischer Analyst, ich liebe es, auf die ETFs der US-amerikanischen Märkte zu gucken, weil die so schön volumenstark sind. Gucken Sie sich das mal an. Hier, Unterstützung, gekauft worden. Das war Dezember 2013. Schauen Sie sich das Volumen an. Und dann waren wir hier, und das waren diese potenziellen Trendumkehr-Bewegungen. Wichtige horizontale Unterstützung, sehr viel Volumen dazu, eine weitere Trendlinie, viel, viel Unterstützung. Wir haben eine Klitschko-kleine Position hier im Markt und haben unser Stopp-Luster drunter gepackt. Kann er uns ausstoppen? Selbstverständlich kann er das. Würde uns das wehtun? Nö. Ist das nicht ein bisschen komisch, dass wir jetzt eigentlich Gold-Short sind und Silber-Long? Nein, gar nicht. Bei Silber haben wir übergeordnet diese Unterstützungszone gekauft und bei Gold haben wir prozyklisch aktiv getradet. Ganz unterschiedliche Dinge. So, was will ich Ihnen zeigen? Gucken Sie sich mal an. Und das war hier diese bärische Bewegung, die wir bei Gold und Silber gesehen haben, als Gold um über 2% gefallen ist. Gucken Sie sich mal das Volumen an. Bei Silber nicht so stark. Gucken Sie sich das bei Gold an. Ui, ui, ui. Da ist richtig Zunder hinter. Da ist richtig Volumen hinter. Aber nicht bei Silber. Und deswegen habe ich jetzt auch gerade ein Problem zu sagen, ja, der Silbermarkt, der wird so abverkauft werden. Er kriegt so einen auf den Kopf. Wenn ich mir angucke, wie die hier von der Unterstützung nicht wegkommen, habe ich auch ein Problem zu sagen, dass das hier alles total bullisch ist. Und Leute, nochmals, wir lieben es, wenn man es uns sagt, so und so und so wird es kommen. Sei dir ganz sicher. Dann gibt es nämlich keine Zweifel mehr. Da gibt es keine Ängste mehr. Und da kann man das machen. Alles, was ich Ihnen dazu sagen kann, ist, hier haben Sie noch eine wunderbare Möglichkeit, Ihre Positionsgröße anzupassen und das Risiko aus dem Markt zu nehmen, damit Sie die Coolness haben, dann auch Ihre Position laufen zu lassen. Oder wenn es gegen Sie läuft, dass Sie an Ihrem Stop-Loss festhalten und es dann nicht noch ein bisschen verschlimmbessern, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wir bleiben nach wie vor in dieser Bullischen Keilformation. Wir bleiben nach wie vor übergeordnet in diesem Dreieck. Wird das Dreieck geberisch aufgelöst, ist die Zone hier um die 18, 30, 18, 20 aktiviert worden. Ganz, ganz entscheidende Zone. Sind wir dann aber immer noch in einer Bullischen Keilformation. Wird die Bullisch aufgelöst werden, dann 2050, 20, 60, 20, 70 mit der 200-Tage-Linie. Dieser Drops ist nicht gelutscht. Du kannst natürlich, wenn das Spiel in die Verlängerung gegangen ist, das WM-Halbfinale oder Finale, kannst du sagen, ach, die einen gewinnen oder die anderen gewinnen, kannst du den Fernseher ausmachen und einfach dich ins Bett legen. Oder du kannst einfach abwarten, bis das Spiel praktisch abgepfiffen ist. Und wenn das Spiel abgepfiffen ist, kannst du sagen, ich war ja sowieso für die Gewinner, war schon die ganze Zeit, wollte ich nur nicht vorher sagen. So ähnliches Trading. Du wartest immer, bis die einen gewonnen haben und dann gehst du mit einer richtig großen Position hier in den Markt rein. Abwarten. Es gibt vieles, was für die Bullen spricht. Diese Formation spricht für die Bullen. Das Volumen spricht für die Bullen. Die signifikante Unterstützung spricht für die Bullen, dass die Bullen nicht von der Unterstützung wegkommen. Spricht für die Bären. Das, was Gold zuletzt gemacht hat, spricht auch mehr für die Bären. Sie können sich festlegen oder Sie können warten, bis sich der Chart festlegt. Ich empfehle Ihnen, Sie machen Zweiteres. Hier auf Platin schauen. Bei Platin, da muss ich mich auch bei Ihnen entschuldigen, ich hätte es ja selber nicht mehr gekauft, habe es dann auch gar nicht mehr weiterverfolgt, um Ihnen zu sagen, Leute, 1500 hatte ich Ihnen initial, als der Ausbruch da war, glaube ich, gesagt gehabt, dass die 1500er-Marke eine gute Zone ist, um Take-Profit mitzunehmen. 15,20 war also die ultimative Zone. Der Markt kommt zurück, testet das Dach. Einmal, zweimal ist unterhalb der 20er. Widerstand. Auch diese horizontale Marke im Bereich von 14,60 ist Widerstand. Auf der anderen Seite hier 50er, 100er, 200er potenzielle Unterstützung mit viel Volumen gekauft worden. Das ist eine ganz interessante Zone. Sollten wir es schaffen, über die 20-Tage-Linie zu gehen, zumindest über den Stundenchart, über den 4-Stunden-Chart. Interessant, dann von 14,65 das Ding wieder in Richtung 1500er-Marke zu traden. Aber selbstverständlich, ganz egal, was wir traden, Sie wissen es. Wir machen uns als erstes Gedanken darüber, es könnte schieflaufen. Und wenn es schiefläuft, müssen wir wissen, wie viel wir verlieren könnten. Und darum geht es nicht darum, dass man sagt, oh, das wird jetzt ein super Trade und ich gewinne ganz viel, sondern dass man sagt, okay, guck mal, hier 4-Stunden-Chart, das ist ja die Trendlinie, die Bullish aufgelöst worden ist, hält einmal, hält zweimal, ich berechne meinen Trigger aus und ich berechne meinen Stop-Loss aus und das ist mein Risiko. Okay, das akzeptiere ich, das kann ich verlieren und das ist meine Chance. Und das ist das, was ich dann auch traden werde. Bitte traden Sie, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss und wählen Sie eine vernünftige Positionsgröße, die Ihrem Depot und Ihren emotionalen Fertigkeiten entspricht. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, sind wir selbstverständlich morgen Vormittag wieder für Sie da, mit neuen Ausgaben zu den Zwing- und Daytrading-Setups. Silvio ist für Sie da, mit einer neuen Ausgabe zu den USA-amerikanischen Indizes. Und morgen Abend schauen wir nochmal auf diesen dialektischen Chart, den wir im Moment haben bei den Edelmetallen. Sie bleiben hoffentlich alle, 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 alle gesund. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrainern doch bitte gewogen. Mein Name ist Hamedes Nashari alias Volke P.